Bevor das Video beginnt, ich habe gerade gesehen, dass einfach über 50% von den Leuten, die meine Videos schauen, mich nicht abonniert haben. Also ja, falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt, vergesst nicht zu abonnieren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, los geht's mit dem Video. Jo, willkommen zu einem neuen Video. Die Season 9 ist jetzt endlich da und es gibt so viel Neues. Aber in diesem Video soll es jetzt erstmal nur um den Battle Pass gehen. Also ich würde sagen, ich kaufe mir jetzt erstmal die... Ähm... Ich kaufe mir die Stufe erstmal. So, alles einsammeln erstmal. Ich würde mir eigentlich alles anschauen. Okay, ich würde sagen, ich schaue mir erstmal alles an. Also die unwichtigen Sachen, wie zum Beispiel sowas hier, überspringe ich einfach. Also ich schaue mir nur die Emotes, Spitzhackenskins, alles an. Also der erste Battle Pass Skin, Rocks. Es gibt elf freischaltbare Stile. Okay. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Oh. Ja, ist auf jeden Fall schon echt geil. Dann der nächste Sentinel. Ähm... Es gibt auch freischaltbare Stile, aber kann man irgendwie nicht sehen. Ja, finde ich jetzt nicht so nice. So, das überspringe ich erstmal. Hier, Vibax. Dann eine Tarnung. Okay. Dann hier die Doppelspitzhacke. Die habt ihr schon im Trailer gesehen. Ähm... Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das dann in-game aussehen wird. Also das ist die erste Doppelspitzhacke. Bin ich auf jeden Fall gespannt. So, dann nächste Seite. Ja, das sind nur unwichtige Sachen. Hier, Vibax. Dann Musik. Musik. Die ohne Gerechtigkeit Musik. Und im Tanz. Modes. Was war das denn für ein Piepsen? Geiler Emote auf jeden Fall. Dann hier ein Hängegleiter. So, nächste Seite. So, hier unwichtige Sachen. Oh, die Tarnung sieht nice aus. Dann ein Hängegleiter. Ja, ist Standard. So, dann... Bunker Jonesy. Warte, das ist doch der No-Skin-Ben. Warte, was? Äh... Ja, finde ich auf jeden Fall ganz nice. Hat auf jeden Fall was. Ähm... Der Bart, Alter. Da nächste Seite. Ähm... Ja, so Kondensstreifen. Interessiert mich eigentlich gar nicht. So, dann hier der erste Tierrucksack. Ist eigentlich in jedem Battle Pass. Dann... Verflucht. Okay. Fortbewegung. Ah, damit kann man laufen. Geil. Ist ja wieder... Vivax. Spitzacke. Okay. Ah, das soll Metall sein. Okay. So. Posaunen-Noob. Also die Modes bis jetzt feiere ich auf jeden Fall. Die sind eher so lustig gemacht. Dann hier auf jeden Fall der nächste Skin. Wieder drei freischaltbare Stile. Ist auf jeden Fall... Ja, ist ganz okay. Finde ich nice. So, nächste Seite. Spitzacke. Ja, da kommt immer bei jedem Schlag so ein anderer Ton. Ist auf jeden Fall geil. Dann... Hier. Skulltrooper-Emote. Rosa Kleckse. Wieder so ein Tierrucksack. So, dann wieder ein Emote. Alter, wie geil ist das denn? Mit dem Siegesschild. Ja, coole Idee auf jeden Fall. Dann nächste Seite. So, XP. Ja, die ganzen Sachen interessieren mich gar nicht. So, hier der nächste Skin. Stratus. Äh. Ja. Ist jetzt nicht so meins. Fisch-Emotes. Blitzschlag. Ja, wie gesagt. So Kondensstreifen. Sind mir eigentlich egal. Ja. Dann hier die Tarnung. Sturm. Animiert sogar. Es gibt, glaube ich, nur ganz wenige animierte Tarnungen. Ja. Ist geil auf jeden Fall. Dann wieder ein Skin. Demi. Uh. Äh. Ja. Alter, die ist nice. Ich glaube, die finde ich, glaube ich, sogar am besten bis jetzt. Das mit dem ganzen Rot. Gefällt mir auf jeden Fall. Dann die vorletzte Seite jetzt. Ja, V-Works. Musik. Alter, das ist geil. Lockerer Shuffle. So, dann zur letzten Seite. Lackierung. Wie wachs. Ja, wie gesagt. Äh. Der ist mir ein bisschen zu groß. Ich muss mal schauen, wie der im Spiel aussieht. Und der Battle Pass 100 Skin. Vendetta. Und der ist mir ein bisschen... L freischaltbare Ziele. Ähm. Ähm. Okay. Äh. Muss ich ehrlich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht. So, ehrlich gesagt, finde ich den jetzt nicht so nice. Ich finde sogar den... Ich finde sogar den ersten Stil so besser als den letzten. Aber naja, dann würde ich sagen, das war's auch schon mit dem Video. Ähm. Schreibt unbedingt mal in die Kommentare, wie ihr den Battle Pass findet. Also wie gesagt, es ging jetzt nur um den Battle Pass. Das nächste Video wird auf jeden Fall dann ein Gameplay. Wahrscheinlich dann mein erstes Gameplay in der Season 9 sein. Create the Code. Ariane wird nicht vergessen. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.